Ich bin Rodega, der Musiker. Ich bin der starkste Mann in der Welt. Spohler. Ich bin der starkste Mann in der Welt. Ich bin stark. Das ist hart. Berühren Sie meine Augen. Das bin ich stark. Das ist wimpy. Das ist hart. Nein, ist keine Halt. Jetzt singen Sie sich das Blatt an hier. Das ist hart. Das ist Jürgen Schottler, der Sportler. Der stärkste Mann in der Welt. Und das ist ein Lied, das ist für singen. Kannst du singen? Okay. Ich bin der stärkste Mann in der Welt. Und das ist mein Lied hier. Zum... Okay, now we're gonna listen to the song a couple of times. You got it? Sure. Are you listening, buddy? Yes, you are, buddy. Give me five push-ups. Okay. So, we're gonna listen to a couple of times, and then what do you suppose is gonna happen? I can do it one more time. Fill it out. You're gonna try to fill in the missing words, huh? Yeah. Yeah. Maybe that's right. Okay. And then you're gonna do a couple of laps for me. And then a couple of rounds of push-ups. Um, no. You got it? Uh, no. Okay, so, now, what I'd like you to do, don't get out your old song sheet that already has the words on there. See if you can figure them out for yourself. Can you do that? Yes. Bist du stark? Ja. Okay. Hören Sie die Musik. Hören Sie. Am Montag geht er kegeln. Am Dienstag geht er segeln. Am Mittwoch wird trainiert. Am Donnerstag probiert. Am Freitag wieder kegeln. Am Samstag auf zum segeln. Und wenn der Maß aufbricht. Am Sonntag loht er nicht. Oh, yeah. Now, as you notice, it started halfway down the page, didn't it? Uh-huh. Yeah. Started about right here, didn't it? Yes. Yeah. So, let's start there. Also, there's a missing word there, probiert. So, there's one in between that and am and probiert. Okay. Now, you're trying to fill in the missing words. I'm going to play that one for you one more time. Is that all right, pal? Excuse me. Problem, pal. Yeah. Is that sheet in this week's syllabus? It's on this week's syllabus and the this week's stuff folder, yeah. You betcha. Yeah, I believe so. Oh, does everybody, did everybody else find it? Yeah. Yeah? Oh. Bitter? Yeah. Yeah? Das ist stark! Das ist stark! Das ist stark! Sir, says Vimpy. Vimpy, Vimpy. Look at that tissue. There's starks to money. Let's listen to that one more time now. Now, don't go getting the answers off your neighbor's paper. It's not the right or wrong answers that count here, is it? No. It's the language experience. Yeah. Trying to figure it out for yourself. If you don't figure it out, that's okay. You're going to get all the right answers anyway. Yep. So what's the big deal? Trying to listen and figure it out. Am Montag geht er kegeln, am Dienstag geht er segeln. Am Mittwoch wird trainiert, am Donnerstag probiert. Am Freitag wieder kegeln, am Samstag auf zum Segeln. Und wenn der Mast auch bricht, am Sonntag ruht er nicht. Und wenn der Mast auch bricht, am Sonntag wieder kegeln, am Samstag auf zum Segeln. Und wenn der Mast auch bricht, am Sonntag ruht er nicht. Dankeschön. Vielen Dank. Klatschen Sie für mich. Klatschen Sie für mich. Klatschen Sie für mich. Lauter! Lauter. Danke.